Die Neujahrskarten sind für die Korrespondenten. Die Korrespondenten schnauzte Fräulein Hahn Bertha an, als ob er selbst geantwortet hätte. Ich betrachte diese Leute auch als Korrespondenten, sagte Marten zu Bertha, seine Wut nur mit Mühe bezähmend. Ich verstehe nicht, was du dagegen hast, sagte Bertha zu Fräulein Hahn und legte seine Brille neben sich. Ich finde es ekelhaft, wenn Koning Karten verschickt, dann darf ich auch Karten verschicken. Natürlich darfst du das, das verbietet dir doch niemand. Aber ich habe keine Zeit dafür, weil ich in Urlaub fahre. Dann lässt du es eben machen. Das geht nicht. Aber jetzt sei doch mal vernünftig, D. Ich bin vernünftig. Ich will, dass du es, Koning, verbietest. Bertha zuckte mit den Achseln und wandte sich ab, ohne zu antworten. Und wenn du dich weigerst, es zu verbieten, werde ich selbst meine Maßnahmen ergreifen. Sie schlug die Tür mit einem Knall hinter sich zu. Was unser Herrgott vorgehabt hat, als er die Frau erschuf, übersteigt meinen Verstand, solzte Bertha. Es gibt auch andere. Das ist ein Glück, antwortete Bertha, ohne große Überzeugung. Wenn ich nicht so einen niedrigen IQ hätte, wäre ich an dieser Frau schon lange verrückt geworden. Slostra betrat den Raum. Er schloss die Tür und blieb an Martens Schreibtisch stehen. Sie hatten mich gebeten, die Neujahrskarten zu verschicken. Aber das geht nicht, denn Frau Hahn hat mir die Umschläge weggenommen. Er sah Marten ungerührt an, als ging es um eine alltägliche Mitteilung. »Gibt es keine anderen Umschläge?«, fragte Marten. »Sie sind alle. Neujahrs hat es versäumt, neue zu bestellen.« Marten sah Bertha an. Bertha hatte sich umgedreht, um dem Gespräch zu folgen. »Haben Sie denn noch Neujahrskarten?«, fragte er Slostra. »Jawohl, Minär.« »Dann verbiete ich Ihnen, Sie Frau Hahn zu geben.« »Jawohl, Minär.« Er verließ den Raum. Bertha stand auf, nahm den Stapel Karten von seinem eigenen Schreibtisch und legte ihn in eine der Schubladen. »Bevor sie sie mir noch vom Schreibtisch holt,« sagte er streitlustig. In diesem Moment wurde die Tür erneut lautstark geöffnet. »Hast du, Slostra, verboten, mir Neujahrskarten zu geben?«, fragte Fräulein Hahn wütend. Bertha richtete sich auf. »Ja, das habe ich ihm verboten.« »Könntest du das bitte schön lassen? Wenn du mich schon für eine Diebin hältst, dann brauchst du es wenigstens Slostra nicht merken zu lassen.« Kraftvoll verschloss sie die Tür. Bertha sah ihr nach, dann wandte er sich seinem Schreibtisch zu und setzte sich. »Jetzt ist es aber gut,« sagte er, »mir haben die Knie gezittert. Auf die Weise kriege ich es auch noch am Herzen, genau wie Ney heißt.« Ad Müller hatte seine Arbeit beendet. Er stand auf, schob den Stuhl zurück, blieb mit dem leeren Kasten in den Hennen an Martens Tisch stehen und blickte neugierig auf die Karten und Bücher. »Darf ich Sie auch mal fragen, womit Sie gerade beschäftigt sind?« Die Frage überraschte Marten. »Ja, natürlich.« Ad Müller kam einen Schritt näher und blieb neben ihm stehen. Marten zog den Stuhl neben sich unter dem Tisch hervor. »Darf, dann setz dich mal hierhin.« Ad Müller setzte sich dicht neben Marten und betrachtete begierig die Karte. In dieser Gier lag etwas, das Marten beunruhigte. Doch er unterdrückte das Gefühl ebenso wie seine Abscheu vor der allzu körperlichen Präsenz dieses fremden jungen Mannes so dicht neben sich. »Ja«, sagte er zögernd und blickte auf die Karte. »Wie soll ich das jetzt erklären?« »Angefangen habe ich mit den Wichtelmännchen. In den Aufsätzen, die ich darüber las, verstand ich nichts. Und ich verstehe noch immer nichts.« Er lachte. »Ich habe noch nie einen Aufsatz über diese Dinge gelesen, von dem ich auch nur ein Wort verstehe. Und wenn ich etwas nicht verstehe, fange ich an, Karteikarten anzulegen. Für später. In der Hoffnung, dass ich es dann doch irgendwann verstehe.« »Ja«, er sah Marten an, als ob er so etwas noch nie gehört hätte. »Ja, wenn der Minister hier hereinkäme und sagen würde, Herr Koning, was tun Sie hier eigentlich?« würde ich ihm antworten, »Nichts Exzellenz. Meine Arbeit ist vollkommen sinnlos und ohne jeden Wert.« Danke. 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 Danke.